So und herzlich willkommen bei MuscleKing. Ja, ist ein kleines Android-Game. Ich habe ja gesagt, ich werde ein bisschen so Mobile-Games für das Land schauen. Es ist im Endeffekt eigentlich ein totales Klicker-Game. Aber gucken wir uns mal ein bisschen an. Und bitte nicht vergessen, wenn ihr es noch nicht macht habt, klickt unten nach Abonnieren, Daumen hoch, wäre richtig geil. Letztendlich ist einfach nur Klick. Das ist im Endeffekt alles. Und wenn du natürlich genug hast, kannst du hier auf Spirit und zum Beispiel für mehr Energie tappen. Oder halt Skills verwenden, dass es halt schneller geht. Das ist im Endeffekt alles. Aber wenn du genug hast, dann kannst du natürlich mehr Muckis. Das ist im Endeffekt alles. Aber ich finde es halt irgendwie... Es ist irgendwie cool. Ich weiß auch nicht. Da kann ich mich ein paar Minuten damit belustigen. Ja, das haben wir genug. Weil man sieht, es geht ja hier alles weiß, gluts. Du kannst aber wahrscheinlich solche Oberarme haben und dann solche drüben Beine. Geht wahrscheinlich auch. Und genau, wenn du genug Muskelmasse hast, kannst du hier einen Job nehmen. Also zum Beispiel Muscle-Nerd verdienst pro Minute 120 Dollar. Und das hier ist zum Beispiel, Moment, eine Muscle-Fairy. Da schaust du eine Werbung an und dann kannst du eine Truhe öffnen. Mhm. Während du bekommst Energie oder halt bekommst einfach mal hier jetzt 600 Dollar. Also ich würde es immer empfehlen. Okay, jetzt haben wir hier Muskelmasse pro Mal 50. Und hier zum Beispiel, wenn du halt genug Geld hast, kannst du auch hier Häuser holen. Bringt halt jeweils da plus 10 Prozent Energie. Die geht bis plus 100, ne, 440 Energie. Das ist Wahnsinn. Okay, Muskeln können wir wieder ein bisschen, aber Spirit können wir auch. Wir werden hier natürlich Spirit mehr tappen, dass wir mehr Energie bekommen. Meditieren, das sind dann 10 automatische Taps pro Sekunde. Da gibt es Steroids, Protein, aber erstmal hier, dass es nämlich mehr Energie ist. Nochmal eine Drohe und gleich nochmal 600 Dollar. Ah ja, stimmt. Wenn die Leiste, die rote Leiste voll ist, dann geht er in den Extreme-Modus. Das heißt, du bekommst das 1,2-fache. Dann kannst du Energy-Farmen ohne Ende. Und gleichzeitig hier... Siehst du mal, wie schnell das hochgeht. Mhm. Warte, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen ausnutzen. Okay. Oh, wir haben Protein unlockt. Ja. Fünfmal mehr automatische Energie für 300 Sekunden. Moment. Okay, will ich sagen, es gibt anscheinend hier mal 600. Und jetzt können wir uns natürlich ein Haus kaufen. Und... Bom, das gibt halt gleich mal plus 4% Energie. Und im Store kann man natürlich, wenn du Juwelen hast... Das glaube ich mit Real Money hier. Also man muss sich unbedingt Juwelen kaufen. Man kann natürlich, wenn man will. Man muss es aber nicht. Mhm. Muskeln aber im Moment. Erstmal wieder ein bisschen auf Spirit. Weil es geht einfach viel schneller. Wenn du einen recht hohen Spirit hast... So, was haben wir hier zum Beispiel noch? Brauchen wir Spirit Level 30, nehme ich. Dann kann ich Sturits aktivieren und nebenbei mal 600 Dollar einkassieren. Reicht das schon? Ne, da brauche ich... Oh, da brauche ich viel mehr. Oh, da brauche ich... Gut, das Dreifache. Aber ich gebe, wie gesagt, erstmal... Oh, da brauche ich... Bisschen viel. Für die nächste Stufe war ein bisschen viel, deswegen erstmal Muscle. Muscle up. Da können wir jetzt erstmal ein bisschen ausgeben. Bisschen was? Ja, es schaut... Es schaut... Mal ein bisschen nach was aus. So, wo haben wir noch ein bisschen wenig? Ja. Ach, jetzt merke ich gerade. Okay, ich habe sehr viel. Können wir ein bisschen aufstocken. Brauche ich jetzt... Ich sage momentan gerade nicht... Oh, da muss ich jetzt... Jetzt geht es wieder schneller runter. Aber wir können einen neuen Job annehmen. Ja, jetzt schaut es doch mal ein bisschen aus. Muskelmasse 86. Das heißt... Beim nächsten bauen wir jetzt 100. Das sind wir auch fast. Construction Worker. Bekommen wir ein bisschen mehr. Dann bauen wir immer Level 30 von... Weißt schon. Machen wir mal ein bisschen was, dass man mehr... Weißt schon, bekommst. Energy. Und jetzt sind wir eh gleich... Im Rage Train Modus. Mhm. Ja, Moment. Und jetzt... Und... Können wir... Nein, ich ignoriere es jetzt erstmal. Das ist wahrscheinlich eh jetzt nur doller. Aber bei manchen Sachen ist es auch Energie. Aber siehst mal, wie viel Energie ich habe. Also ich gehe hier... So. Ja, jetzt sieht man, wie die steigt. Das ist immer wieder normal. So derp. Mhm. Muskelmasse. Ja, jetzt geht es halt langsam in den richtig teuren Bereich. Dann geht es nicht mehr so schnell. Aber Muskelmasse 8 und 9c kam jetzt. Mhm. Was ist das hier eigentlich? Ah ja, stimmt. Achievements. Wenn du natürlich das jeweilige Level hast, kannst du ja nämlich... Juwelen holen. Und gibt es auch Missionen. Nein, keine Zeit für dich jetzt. Hahaha. So. Jetzt haben wir 460 Juwelen. Klar, jetzt kannst du natürlich... Wenn ich das hier mache... Bomb. Haufenweise Money holen. Wenn du grad mal schnell Money brauchst, kannst du natürlich jetzt... Auf das gehen. Aber ich weiß es... Okay, das wäre das Current Home. Ich brauche ja, glaube ich, nicht so, so und so gehen. Ich gehe gleich auf... Das hier. Das ist damit plus 25. Ja, und Juwelen sehe ich es halt einfach nicht einzukaufen. Die kann man auch so sich freischalten. Vielleicht... Warte mal. Was ist das Teuerste gleich wieder? Das Teuerste. Okay. Vielleicht könnte ich jetzt auf... Vielleicht Fancy Apartment gehen. Oder Luxurious Home. Ein Haus. Pass auf. Ja, könnte ich. Aber das Rest wird nicht reichen. Außer ich warte noch, bis ich mehr Money habe. Aber es wird ein bisschen dauern, dass ich gleich in das Five Star Hotel gehe. Das macht eher Sinn. Aber für so kleine Spielchen zwischendurch... Ich finde es ganz witzig. Und 100. Das heißt, wir können jetzt Delivery Driver machen. Gibt natürlich ein bisschen mehr Cash. Gibt es... Okay, brauchst du Muskelmasse 1400. Der weltweit großartigste Organismus. Ja, sehr großartig. Schaut doch sehr großartig aus. Hahaha. Ja, das reicht jetzt. Und Five Star Hotel. Das geht plus 50%. Können wir auf jeden Fall auf... Spirit Level 26 gehen. Wenn ich jetzt noch ein bisschen farm... Könnte ich auf 26 gehen. Wichtig ist, dass die auf 30 kommt. Das ist mir tipptopp wichtig. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Okay, da brauch ich ein bisschen mehr. Ich hab's ja auf dem Smartfunk schon ausprobiert. Da war ich schon auf Level 30 vom Spirit Level. Achso, ich könnte... Achso. Ah ne, das ist Protein. Okay, das wäre gar nicht so schlecht. Ja, es gibt ein bisschen mehr. Das heißt nämlich... Fünf mal mehr automatische Energie. So. Ich würde sagen, jetzt gehen wir noch ein bisschen... Auf Energy, dass wir halt Spirit Level 30 kommen. Und jetzt geht's halt... Jetzt geht's halt richtig ab. Das sieht doch so strange aus. Weißt du, das sieht echt so strange aus, das Gesicht. Jetzt können wir dann auf jeden Fall zwei Levels raufgehen. Ah ne, Level 26 bin ich. Da brauch ich noch ein bisschen was. Aber Level 27 sind wir schon mal. Das ist schön. Das ist schön. Aber das kann ich eigentlich... Achso, Level up the Spirit mit Money. Okay. Dann geht es halt... Ja, nicht geht, dann hält es ein bisschen länger, wenn ich meditieren mache. Aber ich kann mir... Nur nichts Teures leisten. Aber ich könnte Muskeln auf mehr gehen, aber was jetzt momentan unnötig ist... Okay, wir haben Steroids unlocked. Pro Tab bekomme ich jetzt das 5000-fache. Soweit ist aktivierter, aber das würde ich eher aktivieren, wenn... Achso, ich kann... Warte mal... So, 8000-fache bekomme ich jetzt. Das müssen wir jetzt gleich mal ausprobieren. Mal kurz mal ein bisschen... Bis wir in das Minigame kommen. Jetzt siehst du mal, wie voll das geht. Oder wie schnell das voll wird. Weil danach würde ich auf jeden Fall Steroids aktivieren. Oh, ich glaube, ich bin... Gerade am Maximalpunkt gewesen. Ich glaube, es geht gar nicht mehr. In den Klicken bringt gar nichts. Ich bin jetzt halt schon 35. Okay, dann können wir währenddessen... Ja. Können wir ein bisschen... Aufpumpen. Ja, langsam sieht man Bauchmuskeln. Langsam, aber sicher. Heißt das? Ja, aber Jobs kann mir immer noch keiner annehmen. Das schaut jetzt soweit ganz gut aus. Ich meine, es sieht jetzt mal nach was aus. 181 Muskelmasse. Ja, ich habe einen neuen Job. Health Trainer. Feel the Burn. Und dafür brauche ich jetzt 200 Muskelmasse. Das können vielleicht sogar reichen. Was ich habe. Naja, wobei ich glaube es nicht. Ja, auf 200 kriege ich ihn. Jetzt sind wir... Fit Mall also. Fitness Model. Ja, das ist im Endeffekt eigentlich das ganze Spiel. Im Prinzip, mehr machst du da nicht. Dann werde ich es auch hier jetzt sein lassen. Ich wollte es euch mal ein bisschen zeigen. Für zwischendurch mal kurz mal ausprobieren. Einen... Ich fand es lustig. Gewettern sei mal. Ich hoffe es hat euch gefallen. Und man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.